Hallo, mein Name ist Peter Autschbach und ich bin neidisch auf akustische Gitarristen gewesen. Jahrelang. Denn wenn die einen eingebauten Tuner in ihrer Gitarre haben, konnten die auf der Bühne, im Gegensatz zu mir als E-Gitarrist, einfach so mal eben die Gitarre stimmen mit dem eingebauten Tuner. Ich musste immer das Stimmgerät benutzen. Diese Zeit hat jetzt ein Ende, denn es gibt jetzt glücklicherweise den Shadow E-Gitarrantuner. Ich zeige euch das mal. Das ist ein Pick-Up-Rahmen mit einer kleinen Elektronik und einem Kabel und einer Batterie, die in einem kleinen Schutzfach untergebracht ist. So sieht das aus, wenn das fertig eingebaut ist. Das hier ist der neue Pick-Up-Rahmen. Die Schrauben sind sehr weit in Richtung Pick-Up, sodass tatsächlich keine neue Bohrung erfolgen muss. Das bedeutet, dass man jede Gitarre wieder in den Originalzustand versetzen kann, wenn man das möchte. Aber wer den Shadow Tuner einmal benutzt hat, der tauscht den nicht mehr aus. Das verspreche ich euch. Das hier ist der Einschaltknopf. Ich drücke den mal und dann sieht man die LEDs. Die leuchten dann einmal durch. Das Gerät ist jetzt betriebsbereit. Jetzt schlage ich die tiefe E-Seite an. Die ist jetzt zu tief. Dreh die höher, bis die grüne Lampe leuchtet und dann ist die Seite gestimmt. Das Stimmgerät zeigt auch an, dass das der Ton E ist. Jetzt mache ich die A-Seite. Die ist jetzt über einen Halbton zu tief. Deswegen leuchtet hier der Ton G mit einem Kreuz zusammen. Das heißt Gis, also ich muss einen Halbton höher stimmen, bis erstmal der Ton A erreicht wird und dann die grüne Lampe leuchtet. Wenn ausschließlich die grüne Lampe leuchtet, ist die Seite richtig gestimmt. D, G, H und E. Ausschalten, ganz einfach. Ihr seht, einfacher kann das Stimmen auf der E-Gitarre nicht sein. Diesen Tuner gibt es in Cremefarben und Schwarz und die Batterie reicht für 2000 Stimmvorgänge. Sollte sie euch doch mal den Dienst versagen, könnt ihr sie sehr leicht austauschen. Auch der Einbau des Tuners selber ist ein ganz einfacher Vorgang, den jeder ohne Vorkenntnisse in Arbeit mit Holz oder gar Gitarrenbau selber zu Hause vornehmen kann. Seit 1971 war die Firma Shadow mit immer neuen Ideen nicht nur für Gitarristen auf. Die unverbindliche Preisempfehlung für dieses wiederum geniale Produkt beträgt 49,90 Euro. Der E-Tuner ist in drei Versionen erhältlich, für Gitarren mit gewölbter Decke, mit flacher Decke und für Gitarren mit Trimolo. Mehr Informationen dazu gibt es auf der Website www.shadow-electronics.com